Ja, die Sprachen, die sprechen, wenn wir trotzdem... Das ist ein guter Gameclub, das ist sehr nah, das ist das Ganze. Ja, ich glaube, man muss das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Wenn man von draußen draufschuckt, dann haben die Vereine manchmal ein bestimmtes Ding. Aber wenn er natürlich in dem Verein drin ist, ist das etwas ganz anderes. Ich glaube, das war sehr gut. Wenn das am Ende mal schwierig würde, oder eine Reisbekämpfung im Nachhinein, aber das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Wir haben das genau so die Leidenschaft und die Ingabe der Fans in der Welt. Und natürlich ist, das würde ich gerade noch mal sagen, bei FIFA... Für mich persönlich als jemand, der Fußball lief, und dann redest du über große Vereine...